Ischida Seit 1893 hat Ischida die Wiegetechnologie kontinuierlich weiterentwickelt und so das Verwiegen und Verpacken in der Lebensmittelindustrie erleichtert. Im Jahr 1972 entwickelte Ischida die erste Mehrkopfwaage. Obwohl das Grundprinzip der Funktionsweise bis heute unverändert ist, hat sich die Technologie rasant verbessert. Ischida ist stolz darauf, die neue Mehrkopfwagenbaureihe RV vorzustellen. Unsere neue RV-Serie ist die schnellste, robusteste, intelligenteste und nachhaltigste Mehrkopfwaage, die wir je hergestellt haben. Die neue RV wurde konstruiert, damit Sie Kosten sparen, die Produktion ausbauen und vor allem die Erträge steigern. Dank verbesserte Steuerung des Produktflusses oben auf der Mehrkopfwaage ist die RV mehr als 15% schneller als unsere Vorgängermodelle. Und das ohne Einbußen bei der Wiegegenauigkeit. Die Schutzort IP67 der RV erlaubt eine Nassreinigung des Maschinengrundkörpers. Zusätzlich können die Schalen und andere Kontaktflächen leicht entfernt und wieder montiert werden. Das Ergebnis, wenige Stillstand für Reinigungsmaßnahmen, erlaubt Ihnen die Produktion schneller wieder starten zu lassen. Der absolut hygienisch designte Grundkörper der RV sowie spezielle Radialrinnenabdeckungen erleichtern die Reinigung und das selbstständige Abfließen von Flüssigkeiten. Reinigungsoptimierte Schalenhalterungen und Lagerbuchsen erfüllen strengste Hygieneanforderungen. Dank ihrer robusten Bauweise ist die Maschine ideal geeignet für das Verarbeiten von schwierigen Produkten. Die RV ist so konstruiert, dass sie auch härtesten Produktionsbedingungen und extremen Reinigungsmaßnahmen standhält. Für ihr Geschäft bedeutet das einen zuverlässigen Einsatz über viele, viele Produktionsjahre. Die neue Software der RV macht die Bedienung am Touchscreen dreimal schneller und beschleunigt die Produktionsumstellung, weil nur fünf Schlüsselparameter verwendet werden. Außerdem erlaubt Ihnen die oberhalb der Waage montierte moderne Weitwinkelkamera, den Produktfluss zu optimieren. Die Wahl zwischen drei Betriebsarten bestimmt die Energiemenge, die benötigt wird für hohe, mittlere oder niedrige Leistung. Auf diese Weise kann der Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent reduziert werden. Energieeffiziente Radialförderer sparen weitere Kosten. Die RV ist gleichermaßen kosteneffizient und ökologisch. Die neuen Mehrkopfwagen der RV-Serie sind eine Klasse für sich. Sie verschieben technische Grenzen und verschaffen Ihrem Geschäft einen Vorsprung. Kurzum, sie erfüllt alle Kriterien für Ihre Verpackungsanwendung.